Hallo Heidi, wie geht's dir? Hallo, danke, mir geht's gut. Natürlich bin ich ein bisschen aufgeregt, wie immer vor einem Wettkampf. Wie habt ihr dich vorbereitet? Hast du die Fahrtstrecke angesehen und wie bist du unterwegs gewesen? Ja, ich bin hier im Trainingslager mit Triathlon-Szene und Corpus. Wir sind in Can Pica 4. Und jetzt habe ich gedacht, die erste Trainingslagerwoche ist um und wieso soll man nicht das Ganze mit einem Wettkampf abschließen? Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie meine Beine heute sein werden, aber manchmal ist es ja gar nicht so schlecht, nicht so zu tapern, sondern alles aus dem Training rauszumachen. Schauen wir mal. Und wie gut hast du dich vorbereitet im Wissenslauf deiner Konkurrenz? Wie gut kennst du die Mädels? Eigentlich kenne ich sie überhaupt nicht. Es ist alles offen. Wir werden einfach mal sehen, dass San Salvador eine schwierige, technisch anspruchsvolle Abfahrt ist. Müssen wir einfach mal sehen, wie wir da alle rauf und runter kommen. Super, dann wünsche ich dir auf jeden Fall ein ganz tolles Rennen und wir werden das auf jeden Fall auch mitbefolgen im Internet. Ja, vielen Dank. Dankeschön. 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 Dankeschön.